Hey Philipp, hast du es schon gesehen? Hey Steffi, klar, ich habe schon davon gehört, ich muss jetzt noch Carolin davon erzählen. Carolin, ne? Hey Philipp. Hast du auch schon davon gehört? Ja klar, das weiß ich schon, aber warte mal, ich erzähle jetzt gleich noch Marc. Hey Marc. Hey Carolin. Wusstest du eigentlich, dass wir jetzt einen eigenen WhatsApp-Channel haben? Ja klar, weiß ich, aber nicht vergessen, immer das Glockensymbol aktivieren, dann verpasst du nichts. Ja klar, weiß ich, aber nicht vergessen, immer das Glockensymbol aktivieren.